Ein Blinder kann wieder sehen. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages brachten einige Leute einen blinden Mann zu Jesus und baten Jesus, ihm zu helfen. Da ging er mit dem blinden Mann aus dem Dorf. Jesus spuckte ihm in die Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte, siehst du etwas? Er antwortete, ja, aber es ist alles ganz verschwommen. Ich kann nur Umrisse erkennen. Jesus legte die Hände auf die Augen des Mannes. In diesem Moment konnte er wieder komplett sehen. Er war glücklich und dankbar. Jesus schickte ihn nach Hause. Er sollte nicht in das Dorf zurückgehen.